Hey Leute, willkommen zurück zur dritten Folge Jagd auf Rang 1 in der neunten Saison. Wir sind aktuell auf Rang 8 mit einem Stern und ja, ich habe ja die Saison mit der T61 gestartet und ich muss sagen, die Wartezeiten als Zerstörer sind einfach unerträglich diese Saison. Man wartet halt wirklich mehr oder weniger 3 bis fast 10 Minuten im Schnitt für ein Gefecht und das ist natürlich sehr, sehr frustrierend und dementsprechend werden wir jetzt hier mal auf Schlachtschiffe rumwechseln und zwar nutzen wir jetzt hier die Warspite, britisches Premium Schlachtschiff auf Stufe 5 und ich hoffe, dass wir dort auf jeden Fall viel Spaß mit haben werden. Ich denke mal, das sollte eigentlich auch relativ gut klappen und die Wartezeiten als Schlachtschiff sind natürlich deutlich, deutlich angenehmer. Das ist halt wirklich sehr frustrierend als Zerstörer, dass die Wartezeiten einfach komplett im Eimer sind. Wirklich ich selbst als mehr oder weniger Zerstörer, Main-Spieler, der seine stärkste Klasse durch die einfach unerträglichen Wartezeiten einfach preisgibt, um einfach nicht länger zu warten, wie man wirklich spielt. Das ist halt einfach ein No-Go. Daher die Limitierung von den Zerstörern in dieser Saison eigentlich, ja, kann man nicht anders sagen, einfach eine sehr schlechte Idee gewesen. Funktioniert überhaupt nicht gut und ja, dementsprechend sind wir auf jeden Fall jetzt mit der Warspite unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir eben schnell, welche Module ich nutze. Wir nutzen einmal Zielerfassungssystem Mod 1 und wir nutzen das Schadensbegrenzungssystem Mod 2 und dann kommen wir noch schnell zur Kapitänskillung. Dort nutzen wir den Kapitän Nelson mit der Basisfähigkeit wie ein Fels und geskillt haben wir dort einmal flambierter Kanonier, denn in der zweiten Reihe rotierende Bohrer. Ich hatte erst überlegt mit Big Seven zu spielen, was auch ein sehr, sehr geiler Skill ist, aber gerade hier in den gewerteten Gefechten war mir einfach die Turmdrehgeschwindigkeit zu langsam und ja, wenn man langsame Turmdrehzeit hat, dann kann man vielleicht die Geschütze nicht rechtzeitig rumkriegen und dort vielleicht nochmal einen Kreuzer hinter einer Deckung treffen. Dementsprechend bin ich hier auf rotierende Bohrer umgewechselt, sonst Big Seven natürlich auch ein Hammer-Skill. Feuerwehrmann nutzen wir, denn noch den Mechanikermeister als legendären Skill Feuer mit Feuer bekämpfen und bei den Inspirationen nutzen wir einmal den Paolo di Revell und den Charles Madden. Und ich würde natürlich sagen, es gibt wieder drei Gefechte in dieser Folge und wir starten mal direkt ins erste Gefecht. So, und wir sind direkt im Gefecht auf der Karte. Neuer Morgen im Herrschaftsmodus. Mit dabei wieder der JC-Gameplay in der Degrasse und schaut auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den YouTube-Kanal vom JC. Auf jeden Fall auch ein super Spieler, kann ich nur empfehlen. Macht meistens unkommentierte Videos. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und nochmal eine kleine Randnotiz. Es hat sich mehr oder weniger, ich weiß nicht wie das passiert ist, die Gefechtsmusik automatisch hier eingeschaltet. Dementsprechend habe ich jetzt versucht hier mal ein bisschen den In-Game-Sound etwas runterzuregeln. Also nicht wundern, dass das heute in der Folge etwas leiser ist. Und ja, los geht's auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall jetzt hier sehr, sehr interessant ist, wir versuchen auf jeden Fall Richtung A auf jeden Fall rüber zu fahren. Wir sind jetzt hier in der Runde komplett ohne Zerstörer, was natürlich ganz komisch ist. Wie gesagt, als Zerstörer hat man wirklich fünf bis zehn Minuten pro Gefecht wirklich in der Warteschlange gehangen. Und wir waren jetzt hier mit dieser Kombination Kreuzer-Schlachtschiff, haben wir irgendwie drei oder vier Sekunden angesucht. Also das war auf jeden Fall ausschlaggebend. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Zerstörer einfach zu wenig gespielt wird. Sehr, sehr komisch. Irgendwas mit dem Matchmaking bei den Zerstörern läuft dort auf jeden Fall nicht richtig, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt auf jeden Fall in der Warspite unterwegs. Da haben wir schon mal die Mutsu. Versuchen hier mal direkt über die Insel zu schießen. Bleiben auch getarnt. Und ja, wir versuchen mehr oder weniger Crossfeuer aufzubauen. Dementsprechend fahren wir dorthin, wo keiner von unserem Team ist. Oder zumindest versuchen wir in die Region zu fahren. Und ja, wir werden natürlich dadurch ein bisschen mehr Fokusfeuer bekommen. Aber ich hoffe natürlich, dass das Gegnerteam dadurch halt, was das Anwinkeln angeht, halt entweder Probleme bekommt. Entweder müssen sie halt gegen uns anwinkeln und sind Breitseite für unser Team oder halt andersrum. Und das ist halt die Idee dahinter. Demutsu dreht jetzt hier leider rein. Dennoch 4000 Schaden ist auf jeden Fall in Ordnung. Akkab wird hier auf jeden Fall von Kreuzer eingenommen. Racy nimmt auf der anderen Seite auch das B-Cab ein. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall hier schon mal in die Kite-Position bringen. Das hat sogar wehgetan von der Dunkirk hier. Auf jeden Fall in die Kite-Position, weil wie gesagt, wir sind hier relativ alleine auf der Seite. Ich erwarte hier auf jeden Fall mindestens 2, 3 feindliche Schiffe. Schöne Salve jetzt hier gegen die Mutsu. 13.000 Schaden. Damit ist die Mutsu hier in, ja, 2 Salven oder 3 Salven waren es insgesamt jetzt schon mal halb runtergeschossen. Das ist natürlich super. Leider die Kreuzer noch nicht aufgeklärt. Okay. Nächste Salve ist raus. Rechts jetzt hier die Aoba. Ah, 4.000 Schaden. Und da haben wir die Penze Cola. Also wir haben auf jeden Fall hier 3 bis 4 feindliche Schiffe auf unserer Seite. Die Dunkirk hat ja auch auf uns schon geschossen. Da müssen wir auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Nutzen jetzt hier auch die Reparaturmannschaft. Und hauen jetzt hier nochmal die Salve Richtung Penze Cola raus. Leider zugegangen, aber... Ah. Guck mal, 6.000. Hat er nochmal wieder Gas gegeben. Ist erst runtergebremst und... Dann hat er sich doch entschieden, wieder zu beschleunigen. Aber die Mutsu... Oh, die Aoba. Die Aoba, die... Fühlt sich, glaube ich, ein bisschen zu sicher hier. Salve ist raus. Ich denke mal, wenn, dann werde er versuchen rückwärts zu fahren. Er bewegt sich halt gar nicht. Und ja. Das kommt davon. Vernichtnerschlag. Drei Zitadellen. Und erstes Blut rausgehauen. Sehr schön. Auch schon die 69.000 Schaden hier erreicht. In der Runde. Haben allerdings auch schon hier... Ja, 23.000 Trefferpunkte verloren. Wir benutzen mal die Heckgeschütze für den Kollegen. Eine Frontgeschütze eventuell für den Kreuzer. Nochmal 5.000 Schaden gegen die Mutsu. Nicht schlecht. 2.000. Naja, dafür, dass wir nur zwei Granaten Richtung Pensacola geschossen haben. Und zwei davon getroffen. Was will man mehr? Jay-Z auf der anderen Seite auch die Dunkirk rausgenommen. Sehr schön. So, schauen wir mal. Ah, die Pensacola, die tut aber auch gut weh. Mit AP. Sehr schön. Diesmal war eine Zitadelle dabei gewesen. So muss das. Und direkt nochmal mit den Frontgeschütz auch eine Zitadelle. Und raus ist der nächste Kreuzer hier. Schauen wir mal, ob wir uns hier auch noch um die Mutsu kümmern können. Mehr oder weniger hier eine 3 gegen 1 Situation gewesen auf der Seite. Und jetzt ist es nur noch ein 1 gegen 1. Wir verlieren jetzt unsere eigene Pensacola. Aber die zweite Dunkirk ist auch draußen. Nochmal hier 10.000 Schaden gegen die Mutsu. Das Gefecht ist natürlich schon längst durch. Aber wir werden auf jeden Fall keinen Großkaliber in der Runde bekommen, obwohl wir den Schaden locker dafür erreicht haben. Aber für das Großkaliber brauchen wir ja mindestens 4 feindliche Schiffe, die wir beschädigen müssen. Und wir haben halt weder, ja auf beiden feindlichen Dunkirks haben wir keinen Schaden gemacht. Von daher, vom Schaden her locker ein Großkaliber, aber halt nicht wirklich. So nochmal eine schöne Salve gegen die Mutsu. Versuchen jetzt hier auch anzuwinkeln. Mit der nächsten Salve sollten wir auch die Mutsu hier rausnehmen können. Und dann ist das Gefecht auch gewonnen. Granaten sind in der Luft. Und unsere Mutsu war schneller. Aber das macht nichts. Das Gefecht ist gewonnen. Und wir bekommen hier den zweiten Stern dazu auf Rang 8. Mega. 125.000 Schaden wurden es in der Runde mit 5 Zitadellen. 36 Zieltreffer, 2 Schiffe zerstört, 1. Blut- und Vernichtener Schlag gegen die Aoba. Und sind hier auch auf Platz 1 gelandet. JC hier auch eine gute Runde gespielt. Definitiv. Und ja, im Gegnerteam, die Dunkirk, auf jeden Fall auch eine gute Runde. Schauen uns natürlich schnell den Wirtschaftszweig an. 320.000 Kreditpunkte Profit gemacht in der Runde. Das ist natürlich mega. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins zweite Gefecht für diese Folge. So, und wir sind wieder im Gefecht. Diesmal auf der Karte Land des Feuers. Und ja, im Herrschaftsmodus natürlich. Und wieder keine Zerstörer. Gar keine. Sehr, sehr interessant hier auf jeden Fall. Und ja, wir versuchen uns natürlich jetzt hier den nächsten Stern zu sichern. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, dort hinzufahren, wo möglichst keins von unseren anderen Schlachtschiffen hinfährt. Um einfach wieder, ja, mehr oder weniger Crossfeuer zu bekommen. Schauen wir mal. Muzo fährt die Richtung. So, Pensacola haben wir dort. Waspite, West Virginia Division. Okay. Lassen wir mal hier den Kollegen der California durch. Ich hoffe, er beschleunigt jetzt hier. Wir werden auf jeden Fall dadurch, dass alle unsere Schlachtschiffe mehr oder weniger zur C-Seite drehen. Werden wir auf jeden Fall versuchen, zur A-Seite zu fahren. Na komm, Kollege. Mal Gas geben, bitte. Dankeschön. Schauen wir mal. Ich ping auf jeden Fall hier mal das A-Cab. Ganz alleine möchte ich natürlich nicht fahren. Gerade bei vier Schlachtschiffen wäre es natürlich optimal, wenn vielleicht zwei von uns Richtung A fahren. Und ja, zwei Stück so zwischen B und C orientieren. Muzo jetzt hier doch sehr, sehr aggressiv. Ich hoffe, dass er dort gleich nochmal abdreht. So, California ist gespottet. Mehr oder weniger Breitseite. Schießen wir natürlich auch drauf. Ja, schöner Treffer hier. Für 17.000 Schaden gegen die California. Sieben von acht Granaten haben hier getroffen. Das ist natürlich mega. Schauen wir mal, ob wir dort auch nochmal auf die West Virginia wirken können. Alle vorne jetzt auch wieder aufgegangen. Sind hier mehr oder weniger auf maximaler Reichweite. West Virginia dreht leider raus. Dennoch hier 8.000 Schaden. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das sind schon mal 25.000 Schaden. Und ich muss sagen, Schlachtschiff spielen jetzt hier auch gerade mal in den gewerteten Saisons ist auf jeden Fall mal was anderes wie Zerstörer. Meistens spiele ich ja Zerstörer. Und ja, Schlachtschiff spielen ist natürlich deutlich entspannter. Muss man dazu sagen. So, wir haben jetzt die Wahl. Entweder müssen wir halt mehr oder weniger Breitseite Richtung A fahren. Oder wir müssen jetzt hier außen rum fahren. Und auch wenn wir denn eine Zeit lang nicht schießen können, entscheide ich mich hier auf jeden Fall für den, in Anführungszeichen, sicheren Weg. Wir treffen jetzt hier auch nochmal die Warspile. Leider keinen Schaden gemacht. Da haben wir die Geschütze getroffen. Die Module haben zwar Modulschaden gemacht. Aber der Modulschaden wird ja nicht als normaler Schaden angerechnet. Sondern Module wie Geschütze zum Beispiel haben ja einen eigenen Pool an Trefferpunkten. Und wenn dieser Pool von Trefferpunkten quasi auf Null ist, das führt dann dazu, dass das Geschütz permanent kaputt ist. Als Beispiel für alle, die das vielleicht nicht wussten. So. JC war auf jeden Fall schon mal so frei und hat das T-Cap eingenommen. Was natürlich ein Riesenvorteil ist. Dadurch führen wir jetzt hier schon mal 40 Punkte. Und ich würde auf jeden Fall gerne wissen. Ah, unsere Schlachtschiffe haben jetzt hier schon ein bisschen was kassiert. Ich würde auf jeden Fall gerne wissen. Ähm, wo der feindliche Kreuzer ist. Die Pensacola. Noch nicht aufgeklärt, das ganze Gefecht. Ausweit. Dann kökner fast voll. Wie gesagt, das dauert natürlich jetzt ein bisschen Zeit, dass wir jetzt hier auf die Flanke rauskommen. Aber es bringt halt nichts mit vier Schlachtschiffen, alle in der Mitte zu bleiben. Und man muss halt versuchen irgendwie Crossfeuer aufzubauen, um einfach die Feinde in eine sehr unschöne Position zu bringen. So, die Pensacola ist auf jeden Fall im R-Cap. Die Frage ist, können wir diese aufklären? Wahrscheinlich eher nicht. Der Tarnwert ist natürlich deutlich besser. Und wir haben halt keinen Zerstörer im Team, der dort das Spotting drauf machen kann. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich jetzt hier die Pensacola nicht rausnehmen können. Und auch nicht das Cap resetten können. So, wir werden jetzt aber langsam reindrehen auf jeden Fall. Ja, Cap wurde eingenommen, aber es ist in Ordnung. Dadurch, dass der JC das C-Cap sehr schnell eingenommen hat, haben wir dort auf jeden Fall schon mal einen knappen Punkteversprung von 100. Und das ist natürlich schon mal sehr entspannt, muss ich sagen. Nicht viel passiert, außer die ersten zwei Seifen hier für 25.000 Schaden. Aber wir bringen uns ja noch in Position. Das dauert leider ein bisschen mit Schlachtschiff. Oh, da ist die Pensacola. Spotterplane raus, um hier die gute Streuung zu kriegen. Und schauen wir mal, ob wir ihn ein bisschen bestrafen können. Jo, direkt hier 20.000 Schaden gemacht gegen die Pensacola. Und die Pensacola müsste jetzt gleich eigentlich Breitseite zu den Schlachtschiffen in der Mitte sein von unserem Team. Von daher, ah, jetzt konnte er leider wieder zugehen. Ist aber schon natürlich jetzt mit den 20.000 Schaden gut beschädigt. Versuchen jetzt hier nochmal unser Crossfeuer ein bisschen auszuüben gegen die Dunkirk. Auch wenn es natürlich jetzt hier schwierig ist, über die Inseln zu treffen. Aber 10.700 Schaden hier in die Breitseite reingedonnert. Das ist natürlich nice. Leider dadurch, dass wir jetzt nach vorne fahren und mehr oder weniger pushen. Wir wollen natürlich das Arcap blockieren und vielleicht einnehmen. Fahren wir wahrscheinlich jetzt hier nicht mehr über die Insel rüber, weil wir zu dicht dran sind. Granaten würden die Insel prallen. Sonst hätten wir dort noch eine schöne Breitseite auf die Dunkirk raushauen können. Aber gut. Mutsu hier leider fast tot. Wir haben schon ein Schlachtschiff verloren. Also von den Trefferpunkten sieht es nicht so gut aus. Oder von den Schiffen her. Jetzt hier mal auf die California. 4.000 Schaden. Sehr schön. Normalerweise hätten wir dort mit drei Penetrationen mehr Schaden machen müssen. Aber auch hier wieder einiges von unseren Schaden wurde einfach von den Geschützen der California absolviert. 2 von den 3 Granaten haben quasi 0 Schaden gemacht. Die dritte hat 4.000 gemacht. Aber vielleicht schalten von den feindlichen Schlachtschiff hier mal ein Geschütz aus. Und auch permanent, glaube ich, zerstört oder war es nur ausgeschaltet? Ich glaube nur ausgeschaltet, richtig? Verlieren jetzt aber auch leider eins. Ah, sah ziemlich zerstört aus, das Geschütz. Das zweite. Ja, ist permanent zerstört. Einfach dadurch, dass wir mit unseren Granaten das zweite Geschütz halt mehrfach getroffen haben. Das gibt uns natürlich einen netten Vorteil hier im Fight. So, auch nochmal schönen Treffer hier. Großkaliber gab es jetzt hier auch schon für 84.000. Wir drehen jetzt hier wieder an der Stelle raus, weil reindrehen wäre riskant gewesen, wenn die die Dunkirk in der Mitte pusht. Wir versuchen jetzt im 1 gegen 1 die California rauszunehmen. AC dort auch die, ich weiß gar nicht, was er rausgenommen hat, aber hat auf jeden Fall dort den ersten Kill für unser Team gemacht. Machen wir hier 9.000 Schaden. Mit nur den Frontgeschützen. Ah, die Streuung war miserabel. Ja, noch 2.000 Schaden. Immerhin. Immerhin. Und die feindliche Pensacola, die haben wir auch schon gut runtergeschossen. Die kann ja nicht mehr so viel Leben haben. Mal ein paar schöne Treffer. Nochmal 3.000. Reicht das eine Geschütze jetzt hier sogar schon? Jupp. 2.000 Schaden. Und damit ist die California draußen. Jetzt ist das Ganze wieder ausgeglichen von den Kills her. Das Gegnerteam ist allerdings gerade dabei, von den Punkten her aufzuholen. Und wir drehen jetzt hier auf jeden Fall unsere Geschütze und werden jetzt langsam und vorsichtig ins A-Cab reinfahren. Die feindliche Dunkirk pusht. Und wir haben natürlich jetzt hier die Superposition. Können direkt das Crossfeuer betreiben. Gleichzeitig werden wir gleich die Punkte stoppen. Vom A-Cab zumindest. So, Pensacola wurde jetzt hier auch vom JC rausgenommen. Sehr stark. Wow. War schlecht gezielt. So, sind jetzt im A-Cab angekommen. Eventuell können wir dieses auch einnehmen. Mal schauen. Dunkirk hat natürlich auch nicht mehr so viel Leben. Und das zweite Geschütz ist dort auch zerstört. Sehr nice. Und Dunkirk ist draußen. Werden jetzt hier leider von der West Virginia hier nochmal resetet. Und auch 8.000 Schaden kassiert. Wird wahrscheinlich hier so in diesem Bereich sein. Ich denke mal von dort kamen ungefähr die Granaten. Da haben wir sie auch schon. So, wir warten aber jetzt noch bis wir schießen. Weil wir gerade ja nicht aufgeklärt sind. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall so lange warten, dass wir nicht resetet werden. Okay, jetzt sind wir sowieso aufgeklärt. Das Cap bekommen wir auf jeden Fall. Salve ist draußen. Und ja, das Gefecht ist natürlich jetzt mehr oder weniger durch. 3.900 Schaden. Naja, komm mal hin. Ich ziehe jetzt hier auch das Großkaliber bekommen. Sehr schön. Mal machen wir halt. Versuchen wir jetzt hier nochmal eine Salve mit dem Spotterplane zusammen. Mit dem Aufklärer. Hat aber eingedreht und null Schaden hier gemacht. Ein Abpraller. Ein Penn. Wahrscheinlich auch wieder Turm getroffen. Und zweimal nicht durch die Panzerung durchgekommen. Eine Salve können wir wahrscheinlich gleich machen. Der wird wahrscheinlich nach innen eindrillen. Dementsprechend wird es das für uns gewesen sein. Wahrscheinlich für diese Runde. Was dort drin ist an Schaden. Auch kein optimaler Treffer. Aber wir haben jetzt eine richtig lustige Schadenzahl, Leute. Guck mal oben rechts. Glatt 122.000 Schaden gemacht. Das sieht man natürlich auch nicht so häufig. Glatte Schadenzahlen. Auf jeden Fall lustig. JC hier. Gar keine Trefferpunkte verloren in der Runde. Und ja, seine Torpedos sind sogar unterwegs. Wie wir hier sehen. Bayern. Hat auf jeden Fall auch gut durchgehalten. Gucken wir mal. Treffen die Torpedos hier vom JC. Das ist hier die Frage. Kurz vor dem Aufschlag. Haha. Nice. Geile Torpedos. Und das Gefecht ist gewonnen. Und wir bekommen hier den nächsten Stern obendrauf. Da freuen wir uns natürlich mega. 122.000 Schaden. Wie gesagt, glatt wurden es in der Runde. Eine Zitadelle gemacht. 58 Zieltreffer. Ein Solo Cap. Ein Ausfall. Ein Schiff zerstört. Und dann gab es noch das Großkaliber. Und hier auch im Teamergebnis. Eine starke Divisionsleistung. Hier auf jeden Fall auf Platz 1 und 2 gelandet. Beide mit dem Großkaliber. Unsere Bayern. Auf jeden Fall auch solide gespielt. Hat dort auf jeden Fall sehr lange alleine durchgehalten. Unsere Mutsu und Kalifornien sind auch relativ früh gestorben. Von daher gut, dass unsere Bayern dort wenigstens noch länger überlebt hat. Das war ganz wichtig. Sonst hätte zum Beispiel die Dunkirk viel viel früher gegen uns anwinkeln können. Und dann wäre es vielleicht nochmal deutlich spannender geworden. Und im Gegnerteam auch die West Virginia. Auf jeden Fall ein gutes Gefecht gespielt. Und wir schauen uns natürlich nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 280.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins letzte Gefecht für diese Runde. Oder Folge besser gesagt. So, wir sind im Gefecht auf der Karte. Mehr Enge hier im Herrschaftsmodus. Diesmal auf jeden Fall mal ein Gefecht hier mit Zerstörern. Ein Zerstörer natürlich pro Team. Das ist das Limit. Und dann gibt es noch ein Kreuzer und E3-Schlachtschiffe für jedes Team. Schauen wir mal, was geht. Wir haben mittlerweile den Rang 7 erreicht. Und dort auch schon den ersten Stern gesammelt. Übrigens, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Das heißt, wenn wir dieses Gefecht gewinnen, dann holen wir uns hier schon den zweiten Stern auf Rang 7. Also, ja, halber Weg durch Richtung Rang 6. Was natürlich schon mal ganz nett ist. Und ja, ich ping jetzt hier auf jeden Fall das A-Cab. Weil unser Zerstörer, der fährt auf jeden Fall direkt zu B durch. Meiner Meinung nach ist das kein guter Move vom Zerstörer. Weil erstens ist es sehr, sehr unangenehm, wenn jetzt ein Kreuzer oder jetzt sogar in diesem Fall wahrscheinlich müssen wir das Cap jetzt einnehmen. Das wird halt ewig dauern. Wenn wir Pech haben, werden wir aufgeklärt. Werden dann noch beschossen, sage ich mal, vom Gegner-Team, resettet. Und es bringt halt einfach keinen wirklichen Vorteil, direkt zum B-Cap zu fahren auf dieser Karte. Weil man ist sowieso nicht schnell genug. Selbst wenn der feindliche Zerstörer erst das C-Cap einnimmt und dann anschließend nach B fährt, kann man es zeitlich als Zerstörer nicht schaffen, zumindest alleine das B-Cap einzunehmen. Und dementsprechend ist es halt kein großer Sinn, dahinter sozusagen das Cap einzunehmen, das B-Cap als erstes. Sondern man sollte einfach hier direkt das äußere Cap einnehmen und dann zur Mitte durchfahren. Denn das macht zeitlich kaum einen Unterschied und ist einfach angenehmer für das Team. Aber im Gegner-Team wird das Ganze genauso gehandhabt. Der feindliche Zerstörer auch direkt nach B gefahren. Dementsprechend hat eventuell auch das feindliche Team Probleme beim C-Cap. Wird dort vielleicht resettet. Dort haben wir schon mal die Delle. Sind jetzt hier auch aufgeklärt vom feindlichen Zerstörer. Capen wir allerdings hier mit der Ismail zusammen. Das geht relativ zügig. Unser Zerstörer leider schon irgendwie aufgeklärt. So, versuchen natürlich jetzt so außen wie möglich hier beim Cap zu bleiben, um einfach nicht resettet zu werden. Ich glaube, das Gegner-Team wurde ein bisschen bei C resettet. Das ein oder andere Mal. Deswegen haben sie dort noch nicht durchgecappt. Also, allgemeine Info, falls ihr Zerstörer spielt, nehmt erst das ältere Cap ein und dann zur Mitte. Eigentlich macht das einfach keinen Unterschied. Und ihr seht schon, das Gegner-Team braucht jetzt einfach... Jetzt haben sie erst das Cap eingenommen. Und wir hätten das halt schon mehr oder weniger viel früher haben können. Dann hätten wir noch mehr Punkte Vorsprung. Und unser Zerstörer kassiert jetzt hier leider auch ein Torpedo direkt. Das ist nicht schön. Da ist die Gede. Wir müssen natürlich hier den Zerstörer-Fokus und unser Zerstörer schon draußen. Gerade als Schlagschiff ist es wichtig, auf feindliche Zerstörer zu schießen. Und ja, 6200 Schaden hier gemacht. Das ist natürlich einiges. Allerdings, ja, unser Zerstörer ist tot. Und dadurch ist das Gefecht auch schon gerade in die Kategorie kaum gewinnbar gerutscht. Wir haben jetzt hier die Ismail, die jetzt hier durchgepusht ist. Auch sehr interessant. Schauen wir mal, ob wir ihn hier der Breitseite... Nicht ganz, aber ich hoffe, ein bisschen Schaden kommt bei rum. Wow. Okay. Das war... Weiß nicht. Da hätte ich ein bisschen mehr erhofft. Wie null Schaden. Breitseiten Ismail. Wasserlinie gezielt. Und nur ein Treffer, der gar keinen Schaden gemacht hat. Und unsere Ismail ist auch schon fast tot. War zweiter. Zweite Salve ist draußen. Beide Salven übrigens mit den Aufklärern auch noch in Kombination. 20.000 diesmal. Das ist auf jeden Fall schon mal nett. Aber da hätte ich mir halt auch eine Zitadelle gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Von daher 20.000 dort auch an der Stelle zu wenig. Für zwei Salven gegen eine Breitseite. Nächstes Mal. Schauen wir mal. Dreimal ist Bremer recht, sagt man bei uns. Von daher gucken wir mal, ob die dritte Salve besser ist. Immer noch mehr oder weniger Breitseite. 6.000 Schaden. Nicht lecker. Nicht lecker. Ismail, die hätten wir hier längst schon bestrafen müssen. Ismail natürlich ein Schiff, was sehr, sehr anfällig ist in der Breitseite. Und wir sind jetzt leicht angewinkelt. Aber Ismail macht halt, ja, 20.000 Schaden hier gegen uns. Obwohl er nur in die Aufbauten geschossen hat. So, nächste Salve ist raus. Diesmal sieht die Streuung auch mal gut aus. Von uns. Und ja, 17.000 inklusive Zitadelle. Ist aber immer noch nicht zu meiner Befriedigung. Und wir sind jetzt geortet. Das ist eine ganz, ganz wichtige Info. Das heißt, der feindliche Zerstörer zu uns ist das dichteste Schiff. Oder ich bin das dichteste Schiff zu ihm. Besser gesagt. So, können wir jetzt hier einmal noch über die Insel die Ismail finishen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, da kommen wir rüber mit ein paar Granaten. Jupp, Ismail ist draußen. Endlich. Jetzt können wir hier auf jeden Fall eindrehen. Und ja, der feindliche Zerstörer ist auf jeden Fall, in Anführungszeichen, nah gewesen. Wir sind jetzt nicht mehr geortet. Schießen wir hier auf die California. Gegner-Team natürlich massiven Punktevorteil. 8.000 Schaden gegen die California. Okay. Okay, wir sind wieder geortet. Schießen. Eieiei, das habe ich zu spät gesehen. Der Zerstörer war hier für ein, zwei Sekunden aufgedeckt. Okay, aber wir wissen auf jeden Fall, wo er ist. Deswegen steuern wir auf jeden Fall mal auf den Zerstörer drauf zu. Da haben wir ihn wieder gespottet. Ich hoffe, dass unser Team drauf schießt. Ansonsten müssen wir das machen. Laden hier gerade nach. Wir laden hier gerade nach. Da hat auf jeden Fall der feindliche Zerstörer hier einen massiven Fehler gemacht. Und? Treffen hier, aber es reicht nicht ganz. Haben Geschütz zerstört. Und jetzt ist die Gede vom JC draußen. Sehr geil. Das ist natürlich jetzt mega. Vielleicht haben wir jetzt doch noch Chancen zu gewinnen. Weil der Zerstörer war halt das Kritische. Und das ist natürlich mega nice. So, Bayern jetzt da hinten Breitseite. Gießen direkt auf die Bayern hier auf jeden Fall. Unsere Ismail, die ja am Anfang schon sehr, sehr viel kassiert hat. Wow, Zitadelle hier auf die Bayern. Schöne Salve. Großkaliber gab es übrigens auch schon. Da kann man keinen Vorwurf machen, dass sie jetzt, nachdem sie so low ist, vom Leben her so weit hinten ist. Und das ist in Ordnung. Hauptsache überleben. Sind halt wichtige Punkte. Unter Umständen. Und ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, nochmal hier die Bayern zu treffen. Und gegebenenfalls, wir müssen auf jeden Fall ins Cap reinfahren. Wir haben zwar den Schiffsvorteil mittlerweile. Aber das Gegnerteam führt natürlich noch, was die Punkte angeht, fast mit 100. Und wir müssen auf jeden Fall Richtung B fahren. Definitiv. Das zweite Schlachtschiff links neben uns. Fährt auch nach vorne. Will wahrscheinlich das gleiche machen. Das ist auf jeden Fall gut. Können wir jetzt hier die Bayern vielleicht rausnehmen. Befeuerung war leider nicht so gut. Und leider auch keinen Schaden gemacht. Und nutzen hier die nächste Reparatur Mannschaft. Können wir hier ruhig durchprügeln. Nächste Salve. Streuung sieht auf jeden Fall wieder angenehmer aus hier. Und die letzten 5000 Trefferpunkte der Bayern sind draußen. Jetzt können wir uns hier um die Kalifornier kümmern. Bayern macht hier auf jeden Fall auch einen guten Job. Muss man auf jeden Fall loben. Ich weiß nicht, ob er viel Schaden jetzt in der Runde gemacht hat. Aber das Positioning und alles stimmt auf jeden Fall. Für die Situation zumindest. 1000 Schaden. Die Dallas ist halt dort auch noch irgendwo hinter der Insel. Ich glaube, die Dallas müsste fast noch voll sein vom Leben her. Die haben wir bis jetzt wirklich nicht gesehen. Nehmen wir jetzt auch gemeinsam mit der Bayern das Cap ein. Sehr, sehr nice. Unser zweites Cap hier schon mit dem Schlachtschiff in der Runde. Ja, Dallas. Noch nicht mal ein Kratzer. Und ja, raus ist die Kalifornier. Und auch unsere Bayern hier das Großkaliber bekommen. Ja, wie ich schon gesagt habe. Schöne Runde hier. Spielt er gut. Spielt er gut. Und jetzt ist natürlich nur noch die Dallas über. Wir haben den Punktevorsprung. Auch wenn er in Anführungszeichen relativ knapp ist, der Punktevorsprung. Dafür, dass wir das Vierfach an Schiffen noch haben. Aber wir werden natürlich jetzt weiter nach vorne fahren. Vielleicht kriegen wir die Dallas ja noch raus. Wir können vielleicht sogar uns das dritte Cap holen. Das T-Cap. Schauen wir mal. Wo steckt er? Da ist er aufgeklärt. Schauen wir mal. Wir putzen natürlich wieder hier unseren Aufklärer für die Salve. Die Folge sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber ist wieder rausgedreht. Und vier Overpens hier leider für 5000 Schaden oder sowas. Da hat die Bayern die Dallas auf jeden Fall besser erwischt. Schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. So, die nächste Salve beeilen wir uns nochmal, dass sie nochmal mit der Genauigkeit von Aufklärer rausgeht. Dreht aber. Macht die Dallas auch gar nicht so schlecht jetzt hier. Wieder nicht wirklich viel Schaden. Wieder 4000. Na ja. Hört uns in der Situation jetzt hier nicht. Casey dort auch super gefightet. Auf der anderen Seite. Nimmt jetzt sogar noch unsere Ismail raus hier. Die Dallas. So. Jetzt wollen wir ihn aber rausnehmen, oder? Ja, komm. Wieder nur zwei Overpens für 2000 Schaden. Aber vielleicht kriegen wir jetzt hier echt noch unser drittes Cap. Dreimal natürlich unter Eroberung unterstützt. Aber drei Caps sind drei Caps hier als Schlachtschiff. Auf der Map natürlich auch relativ angenehm. So. Können wir jetzt hier die Dallas noch rausnehmen? Ah, die Bayern war schneller. Sehr, sehr schön. Das Gefecht ist gewonnen. Und wir sichern uns hier den zweiten Stern auf Rang 7. Sehr schön. 108.000 Schaden wurden es am Ende mit zwei Zitadellen. Einmal das Cap verteidigt. Dreimal Eroberung unterstützt. Zwei Schiffe zerstört. 54 Zieltreffer und das Großkaliber. Und hier auch im Teamergebnis eine starke Leistung hier auf jeden Fall von den Top 3 würde ich hier auf jeden Fall sagen. Alle über 2000 Basis EP. Bayern haben wir ja schon gelohnt. Hat hier auf jeden Fall gut gespielt. Definitiv gutes Positioning. Und im Gegnerteam. Ja, die Gede hat auf jeden Fall sehr gut gespielt. War definitiv besser unterwegs wie unser Zerstörer. Hat ihn ja da relativ schnell rausgenommen. Allerdings hat die Gede halt auch den Fehler gemacht und sich von mir aufklären lassen. Was eher oder weniger denn noch den Sieg für uns möglich gemacht hätte. Sonst, wenn die Gede dort zugewiesen wäre, dann wäre das Gefecht auf jeden Fall wahrscheinlich anders gelaufen. Wäre deutlich härter gewesen. Von daher freue ich mich, dass wir das drehen konnten. Hier nochmal der Wirtschaftszweig. 308.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Und es gab einiges an Erfahrung. So Leute. Und das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Rang 7 mit 2 Sternen. Ist doch schon mal ganz solide würde ich sagen. Ist natürlich deutlich angenehmer jetzt hier mit Schlachtschiffen zu spielen. Gegenüber Zerstörer. Nicht nur was die Wartezeiten angeht. Schlachtschiff Gameplay ist einfach viel viel entspannter. Und das ist auf jeden Fall auch mal ganz angenehm. Ich hoffe es hat euch soweit gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo bei Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter Account. Mein Twitch Kanal. Mein Discord Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.